Meine Damen und Herren, Sie werden jetzt den Kreuzvertreter kennenlernen, unseren Governator, die einzige Antwort auf alle Probleme hier in Deutschland, der uns jetzt präsentiert bekommt, von Frau Schmidten. Ja, und da ist er doch, ganzer Governator, Applaus! Das ist Kokosie! Frau Schmidten, das ist nicht meine Handkruppe. Er ist mein Freund. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Vollkommen! Das soll die Antwort auf alle Probleme in Deutschland sein. Ich habe Oma. Das ist doch völlig absurd! Frau Schmidten, Sie? Wunderbar, toll. Das ist Ihre Hand in einem Strumpf. Ich habe auch nicht eine Oma an. Sie haben eine Handkruppe von meiner Oma. Ja. Das will ich vermeiden. Ich werde nicht sehen. Gut, ich werde mit Ihrer Hand sprechen. Guten Tag, Herr Kommerat. Was ist Ihrer Meinung nach die Antwort auf die Finanzkrise in Deutschland? Alles ist fressbar! Kommt doch noch an, zu welcher Zeichmann das Problem? Ach, klar! Das machen wir jetzt nicht weiter, oder? Doch! Gut, und wann wollen Sie diese Wände durchsetzen? Frist gerecht. Ja, aber man auf der anderen Seite sagt, ja, wenn ich Sie jetzt wählen würde, Herr Neumann, was spielt dann für mich daran aus? Ein neuer Anzug? Ich bin nicht geschwächtlich. Eier, rassige, raumpflegerbritten mit viel zu großem Schlabberpulli? Ich will Ihnen. Ja, ich will Ihnen. Ja, ich will. Ich will Ihnen. Schinniere, raumpflegerbritten mit viel zu großem Schlabberpulli? Ich will Ihnen, dass Sie auch bei mir für mich sehr gut machen. Untertitelung des ZDF, 2020